Was muss getan werden, damit auch unsere Nachkommen gut auf unserem Planeten leben können? Der Klimawandel ist in vollem Gange. Schon jetzt häufen sich Extremwetterlagen, die Meeresspiegel steigen, das arktische Meereis schmilzt. Wenn wir alle so weitermachen wie bisher, liegt die Erderwärmung zwischen 3 und 4 Grad. Das politische Ziel liegt aktuell bei unter 2 Grad. Viel besser wären 1,5, warnen die Forscher vom Weltklimarat. Bei 1,5 Grad würden bis zu 90 Prozent der farbenfrohen Korallenriffe verschwinden. Bei 2 Grad wären alle grau und abgestorben. Der Weltklimarat hat eine klare Botschaft. Wenn alle mitziehen, kann die Erderwärmung noch auf 1,5 Grad begrenzt werden. Dafür muss es aber überall Veränderungen geben. Bei der Energie, in der Industrie, beim Transport. Der neue Sonderbericht ist ein Weckruf. Es ist 5 vor 12. Über 10 �� swearbten bis 9 bis bis Vielen Dank.